Mein Name ist Zoe und ich mache Logistikerin EFZ bei der Hochstädtler AG. Warum ich diesen Beruf mache oder lehre, ist einfach, weil mich die Arbeit, die man als Logistikerin oder Logistiker macht, sehr gefällt. Also in der Lehre gefällt mir am meisten die Arbeit sicher an sich und unter anderem auch, wie man auch Kontakt mit dem Team hat und auch andere Leute kennenlernen. Meine täglichen Aufgaben, die wir dann sind, vor allem Waren annehmen, den Lastwagen rausladen, Waren kontrollieren und dann natürlich auch einlagern. Das kommt halt davon, dass ich am Wareneingang arbeite. Die aussergewöhnlichste Arbeit, die ich bis jetzt schon hatte, ist, wenn ein Container kommt, mit ca. 228 Kartons, Schachtel und Helm, dann den ausladen und alles auf die Palette aufziehen, das ist nicht jeder Tag so und das ist sicher aussergewöhnlich. Ich habe mich entschieden, bei den Hochstädtler AG zu machen, weil es für mich, von mir her aussehen, der sympathische Betrieb war, die ist, als ich schnuppern konnte, weil ich sehr toll aufgenommen wurde und die Leute und die Atmosphäre einfach angenehm und genial ist. Der Vorteil bei den Hochstädtler AG zu sein ist, dass sie sicher unterstützen dich, egal ob als Person oder im Thema Kosten etc. Unter anderem hast du natürlich auch, wenn man gerne Motorfahrt oder irgendwie Velo gerne fährt, wo du natürlich auch immer Rabatt drauf, das ist natürlich auch ein grosser Vorteil. Bis zum nächsten Mal.